Hallo und Willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert. Hallo Herr Schödel. Seit Jahren warnen Sie davor, Russlands Präsident Wladimir Putin benutzt Energie als geopolitische Waffe. Beschränkt sich das nur auf Öl und Gas oder würden Sie die Atomindustrie mit dazu zählen? Also ich würde die Atomindustrie unbedingt mit dazu zählen. Das haben wir auch in vielen Studien gemacht. Insofern ist das schon auch eine dramatische Entwicklung, die wir da aktuell sehen. Russland ist also auch in der Atomindustrie kein normaler Geschäftspartner. Kein Wunder, dass die Aufregung groß ist, wenn Russland jetzt in das deutsche Atomgeschäft einsteigen will. Es geht um die einzige Firma in Deutschland, die Brennelemente für Atomkraftwerke herstellt. Und die steht in Lingen in Niedersachsen. Russland will in die Firma mit einsteigen und spezielle Brennelemente herstellen. Die würden dann in europäischen Atomkraftwerken zum Einsatz kommen. Umweltschützer und Experten halten das für brandgefährlich. Sie sehen die innere und äußere Sicherheit Deutschlands gefährdet. Russland könnte spionieren und Sabotage betreiben, so die Experten. Was hat Russland vor? Wie groß ist die Gefahr wirklich? Und könnten die europäischen AKWs zum Sicherheitsrisiko werden? Mit diesen Fragen werden wir uns näher beschäftigen. Dann schauen wir uns zwei aktuelle und hochbrisante Studien an. Einmal geht es um Skigebiete. Wissenschaftler sagen voraus, in vielen Skigebieten auf der Welt wird die natürliche Schneedecke verschwinden. Und bei der anderen Studie geht es um Klimaschützer. Wissenschaftler stufen die deutsche Zivilgesellschaft nicht mehr als offen ein, weil sich die Bedingungen für Klimaschützer in Deutschland verschlechtert haben. Und wir geben Lehrerinnen und Lehrern Tipps, wie sie reagieren können, wenn ihre Schüler teilweise wirklich schwierige Fragen haben, wenn es um die Klimakrise geht. Viele spannende Themen. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, lassen Sie uns als erstes über die russischen Pläne sprechen, in das deutsche Atomgeschäft einzusteigen. Am besten, wir fangen ganz von vorn an, sodass auch jeder mitkommt, der von dem Thema noch nichts gehört hat. In Lingen, in Niedersachsen, steht die einzige Firma in Deutschland, die Brennelemente für Atomkraftwerke herstellt. Die Firma hat 400 Mitarbeiter und gehört einem Tochterunternehmen des französischen Konzerns Fram Atom. Ein riesiger Konzern, der mehrheitlich dem französischen Staat gehört. Fram Atom hat mit Lingen große Pläne und will den Standort ausbauen mit russischer Hilfe. Frau Kempfert, was haben die Franzosen mit Lingen vor und warum wollen Sie gemeinsame Sache mit Russland machen? Ja, ich sage mal ganz kurz, warum wir überhaupt diese Brennelementefabrik für Atomkraftwerke haben. Sie haben es ja eben schon gesagt, das befindet sich im niedersächsischen Lingen und dient eben zur Herstellung von solchen Brennelementen für Atomkraftwerke, obwohl ja in Deutschland alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Und die Anlage dient damit ja ausschließlich zur Versorgung des Weltmarktes eben mit Brennelementen und befindet sich, ich weiß nicht, ob Sie da schon mal waren, aber in der Nähe davon, in dem abgeschalteten Atomkraftwerk in Entsland. Ich noch nicht, waren Sie schon mal dort? Nein, in der Nähe, ist nicht weit weg von einer Region, wo ich häufiger bin. Also das ist dieses abgeschaltete Atomkraftwerk Entsland, im Zwischenlager und auch diesem stillgelegten Atomkraftwerk Lingen. Und damit eben in Niedersachsen und stellt seit 1979 Brennelemente für Atomkraftwerke her. Und diese Brennelemente, das muss man sich so vorstellen, das ist eben angereichertes Uran, was in Pulverform gebracht wird. Dann wird es zu Pellets gepresst, so in dünne Rohre, in solche Brennstäbe gefüllt und die dann eben mit weiteren Bauteilen zu solchen Brennelementen gebündelt. Und das machen die dort. Und Betreiber, Sie haben es eben schon gesagt, sind Franzosen, Tochtergesellschaft der französischen Frammatum, nennt sich Advanced Nuclear Fuels GmbH. Und damit gehört es dem Staatskonzern EDF in Frankreich, dem größten weltweit Betreiber von Atomkraftwerken. Und jetzt soll eben dieser russische Staatskonzern Rosatom an dieser Fabrik in Lingen beteiligt werden. Und rechnerisch können die da so ungefähr 10 Prozent des weltweiten Bedarfs an Atombrennstoff herstellen und damit auch decken und ungefähr 35 große Atomkraftwerke vollständig eben mit Brennelementen versorgen. Vielleicht im Hintergrund, in Europa stehen 100 Atomkraftwerke, also das ist ungefähr 35 Prozent der europäischen Brennelemente, die da hergestellt werden können. Eben auch solche Risikoreaktoren, die wir kennen im belgischen Duell oder auch in Tihage oder diese störanfälligen Meiler in Kattenum und Vessenheim. Auch Atomkraftwerke in der Ukraine werden da versorgt. Also Rosatom über die Tochter TVEL, TVEL, die planen da jetzt eben in dieses Brennelementewerk in Emsland einzusteigen. Und das Besondere ist ja, dass die Brennelemente anders sind. Also bis jetzt werden in Lingen viereckige Brennelemente hergestellt, die für AKWs westlicher Bauart sind. Und jetzt mit Russland sollen dann sechseckige Brennelemente gebaut werden, die dann für AKWs russischer Bauart sind. Und die stehen zum Beispiel in Ungarn zum Beispiel. Genau, also die ANF, die haben jetzt beim zuständigen Umweltministerium in Hannover so einen Antrag gestellt, gemäß § 7 Atomgesetz, dass sie eben diese rechteckigen Brennelemente für osteuropäische Atomkraftwerke herstellen wollen. Dabei soll die Rosatom-Tochter diese Lizenz bekommen und auch tatkräftig helfen, indem sie eben diese Geräte für diese Brennelementefabrik liefert und auch sogar die Qualitätskontrolle übernehmen soll. Und sie haben es eben schon erklärt, dieses neue Geschäftsfeld sind eben diese hexagonalen, also die sechseckigen Brennelemente. Bisher war man da so auf quadratische Brennelemente spezialisiert und diese sechseckigen Brennelemente brauchen vor allem dem Atomkraftwerke russischer Bauart. Und die stehen, sie haben es eben schon genannt, in Osteuropa, Ukraine, aber auch Armenien, Tschechien, Suwakai, Ukraine, Bulgarien, Finnland, Iran, China. Also da stehen solche Brennelemente. Also insofern ist das eben jetzt der Plan, dass sie da einsteigen wollen. Es lagen jetzt diese Unterlagen irgendwie aus bis zum 3. März, dass man da irgendwie Einspruch erheben kann. Und jetzt steht diese Betriebsgenehmigung aus, die jetzt da vom Umweltministerium kommen müsste. Und da wird eben drüber jetzt diskutiert, ob man das macht und ob das wirklich machbar ist. Sie hatten ja auch noch gefragt, wie wichtig diese Anlage ist. Es geht ja, glaube ich, um 19 Atommeiler in Europa, die mit den sechseckigen Brennelementen beliefert werden sollen. Wie wichtig sind denn diese Atommeiler für die europäische Energieversorgung? Haben die einen großen Anteil oder ist das eher marginal? Ja, also da geht es ja vor allen Dingen um Osteuropa, also Slowakei, Bulgarien vor allen Dingen, Tschechien teilweise auch. Und in Bulgarien, da muss man immer auf die individuelle Energieerzeugung in den Ländern gucken, ist der Anteil von Atomkraft, liegt der etwa bei 40 Prozent. 40 Prozent Fossilanteil erneuerbar, ich glaube so 20 Prozent. In Ungarn ist das höher, da ist man bei 48 Prozent Atomkraft. Slowakei sogar noch mehr, 64 Prozent, die sind noch mehr angewiesen. Das erklärt sich dann auch immer so ein bisschen, wie die abstimmen im Europaparlament, wenn die da noch immer auch diese russischen Brennelemente brauchen oder auch abhängig sind. Zum Beispiel Ungarn, die einen Kredit haben von Russland, den sie noch abbezahlen müssen, eben für den Bau solcher Atomkraftwerke. Also die halten sich bei Sanktionsbeschlüssen immer zurück, sozusagen. Ja, richtig, richtig, genau. Und daran erkennt man das eben auch so ein bisschen, wie die abstimmen und weil sie eben noch abhängig sind. Und dafür sollen jetzt eben diese Brennelemente gebaut werden. Also insofern ist das schon teilweise ein bedeutender Anteil, würde ich sagen, von Atomkraft in den jeweiligen Ländern. Was aber nicht heißt, dass diese Länder nicht auch aussteigen können aus der Atomenergie. Und ich finde auch sollten, weil es eben so eine Hochrisikotechnologie ist. Und jetzt noch mit russischer Beteiligung in Europa, in Deutschland, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also das halte ich für hochgefährlich und würde da auch empfehlen, das auf gar keinen Fall zu genehmigen. Sie sind ja nicht die Einzige. Die französisch-russischen Pläne haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Es gibt Widerstand auch aus der Bevölkerung. Umweltverbände haben knapp 11.000 Unterschriften gesammelt und eben gefordert, dass die Pläne gestoppt werden. Sie befürchten, dass Russland spionieren könnte und warnen auch vor Sabotage. Hier mal eine Aussage von Julian Bothe. Er engagiert sich bei der Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt. Und Tagesschau24 hat er Folgendes gesagt. Die Brennelementefabrik in Lingen, die kann ja alleine nicht diese neuen Brennelemente herstellen. Sie braucht dafür die Hilfe von Russatom. Es sollen Maschinen geliefert werden. Es sollen die Vorprodukte geliefert werden. Es sollen wahrscheinlich sogar Ingenieure von Russatom nach Lingen kommen. Das ist auch notwendig atomrechtlich, weil ansonsten nicht die Fachkunde gegeben werde. Das heißt, Frematom, AMF kann selbst gar nicht überprüfen, ob da keine Sabotage stattgefunden hat. Und allein die Gefahr bietet Russland die Möglichkeit für Erpressung, bietet Russland damit einen Machtgewinn, der in der jetzigen Situation absolut inakzeptabel ist. Herr Bothe spricht also von möglicher Sabotage. Wenn man das weiterdenkt, heißt das, in Lingen könnten fehlerhafte Brennelemente hergestellt werden, die dann in europäischen Atomkraftwerken zum Einsatz kommen. Und wenn das stimmt, was Herr Bothe hier sagt, gibt es ja auch eigentlich keine ordentliche Kontrolle. Ist das übertrieben oder beschreibt Herr Bothe hier wirklich ein realistisches Szenario? Naja, also ich würde Herrn Bothe da auch zustimmen, was jetzt diese Einordnung angeht, dass wir da tatsächlich es mit einer Hochrisikotechnologie zu tun haben und wir da sehr, sehr vorsichtig sein müssten. Und die Gefahr ist tatsächlich da. Also das muss man auch vor dem Hintergrund sagen, dass bisher die EU-Sanktionen ja nicht für Atom gegauert haben. Und deswegen, die eigentlich da ja schalten und walten konnten, wie sie wollten bisher. Das liegt an den Franzosen, die einfach so abhängig sind eben von der Atomkraft und deswegen da bisher sich sehr zurückgehalten haben. Also diese Spionage- und Sabotageakte, zu denen es da kommen könnte, das sehe ich genauso auch in der Gefahr, dass Betriebsgeheimnisse auch zur Sicherheit von den Atomkraftwerken in falsche Hände gelangen könnten, dass es zu Manipulationen an Brennelementen kommen könnten, auch gerade durch den russischen Zugriff. Die Aussagen von Herrn Bothe beziehen sich ja vor allen Dingen auf ein Gutachten von Dr. John, wo ja sehr deutlich aufgeführt wird, welche Risiken damit auch einhergehen, wenn jetzt Rosatom mit beteiligt ist, dass eben diese Brennelemente oder diese Brennstäbe manipuliert werden können, dass es da falsche Zusammensetzungen geben kann, falsche Lochpositionen und so weiter. Das kann man sich da alles durchlesen. Unerwünschte Spaltprodukte, unzulässige Verformungen von Brennstäben, also alles Mögliche kann da passieren, die eben einen zuverlässigen und reibungslosen Ablauf von Atomkraftwerken gefährden könnten. Und gerade wenn solche fehlerhafte oder auch mangelhafte Materialien verarbeitet werden, kann es dann eben zu Problemen kommen. Bei der Kühlung, bei der Regelbarkeit oder auch bei der Abschaltbarkeit des Reaktors und dann eben diese Bauteile auch höhere Riss- oder Bruchgefahren haben. Also da kriegt man ja richtig Angst, wenn man das hört. Also wenn in den europäischen Atomkraftwerken fehlerhafte Brennelemente zum Einsatz kommen würden, das heißt, die AKWs könnten ausfallen oder es besteht die Gefahr von richtigen Atomunfällen? Wie muss man das einordnen? Ja, also es besteht die Gefahr von echten Atomunfällen. Jetzt sage ich was, was noch gefährlicher klingt, dass eben auch die Gefahr besteht, dass Sprengstoff eingebaut werden kann. Und dann geht es wirklich darum, Atomkraftwerke in die Luft zu jagen, sage ich jetzt mal flapsig mit meinen Worten. Und das macht natürlich richtig Sorge. Wir wissen ja, dass zum Beispiel auch Pipelines explodieren können, wo keiner genau weiß, woher das kommt. Also wir leben in einer Welt, wo wir uns solchen Gefahren aussetzen müssen. Und dieses Gutachten ist da sehr deutlich. Da werden noch andere Risiken genannt, die will ich jetzt hier alle nicht nennen, weil die ja noch mehr Angst davor bringen. Das will ich jetzt hier auch nicht. Aber grundsätzlich besteht natürlich die Gefahr, wenn Atomkraftwerke explodieren oder ein Super-GAU passiert, die Gefahr von radioaktiven Strahlungen haben. Das kann auch schon jetzt sein, etwa wenn es bei Sabotage passieren kann, auch von der Freisetzung von UF6. Und damit eben auch bestimmte Stoffe schon jetzt in die Atmosphäre kommen können. Das ist die eine Welt. Die andere ist auch noch der Wissensvorteil, den man auch gewinnen kann, dass sicherheitsrelevante Informationen in falsche Hände geraten, dass bestimmte Hackerangriffe möglich werden. Das haben wir ja gesehen. Auf diese britische Atomanlage in Sellafield, wo auch russische und chinesische Hacker sich da in dieses Atomkraftwerk eingeloggt haben und damit eben auch die Gefahr von einem Super-GAU herbeibringen können. Und die nächste und letzte Komponente ist auch die, dass eben Desinformation stattfindet. Wir wissen ja im Moment, was alles an Desinformationskampagnen durch russische Aktivitäten stattfinden. Also das ist schon ein großes Problem aus meiner Sicht. Insofern sollte man da diese Gefahr von Atomunfällen, auch die Gefahr eben durch Desinformation, die da da ist, einfach die Produktion und auch die Möglichkeit, dass Rosatom hier einsteigt, nicht genehmigen. Es wäre aus meiner Sicht tatsächlich hochproblematisch. Ich weiß, die Franzosen wollen das unbedingt. Sie sind sehr abhängig eben auch von der Atomindustrie und wollen da unbedingt, dass diese Brennelementefabrik da gebaut oder da ist. Die ist ja auch nicht mehr ausgelastet, glaube ich, weil die deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Und jetzt wollen die natürlich dafür sorgen, dass die Fabrik in Lingen wieder ausgelastet wird. Was mich erschreckt, ist ja wirklich, dass es offensichtlich keine Mechanismen gibt, keine Kontrollmechanismen, um solche Sabotage festzustellen. Naja, die Qualitätskontrolle soll ja von den russischen Rosatom-Mitarbeitern kommen. Das ist ja genau das Problem. Also man gibt es dann in eine Hände, die Qualitätskontrolle von diesen Brennelementen, wo wir nicht sicher sein können, dass diese Dinge passieren, die ich eben aufgezählt habe. Und das ist das große Problem da dran. Oh Mann, was ich mich noch gefragt habe, bisher werden die Brennelemente in Russland hergestellt und dann in die EU exportiert. Die könnten doch auch fehlerhaft sein. Also warum soll es jetzt gefährlicher sein, wenn die Brennelemente in Deutschland hergestellt werden? Ja, also das ist eben schon auch grundsätzlich die Gefahr. Deswegen bin ich auch sehr dafür, dass wir uns aus der Atomenergie verabschieden. In Deutschland macht das ja auch. Das ist ja auch absolut der richtige Weg. Das sollten wir in Europa auch tun, weil grundsätzlich können wir diese Gefahr nicht ausschließen, dass das passiert generell. Aber wir müssen es ja nicht zulassen, dass es auf deutschem Boden passiert oder auf europäischem Boden. Wir wissen ja auch, dass 40 Prozent des Urans aus Russland kommt oder auch aus Kasachstan. Und damit wir immer noch so abhängig sind von Russland. Insofern würde ich hier auch sagen, es hat keine Vorteile, dass wir uns da weiterhin in diese europäische Abhängigkeit von Russland begeben. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, wie schwierig das ist. Und jetzt sollten wir diese gleichen Fehler nicht nochmal machen, jetzt mit diesen Brennelementen. Das ist falsch und sollte so auch nicht umgesetzt werden. Klar kann man das auch woanders produzieren. Es gibt auch andere Brennelementefabriken, aber noch besser wäre ein Atomausstieg. Also kritisch ist eben, dass Rosatom zu Russland gehört, direkt zu Herrn Putin. Es ist die Gefahr von Spionage da. Auch die militärische Gefahr. Also das ist hier die größere Gefahr, dass einfach Spionage stattfinden kann, dass diese Informationen in falsche Hände geraten, wenn es eben in einer Brennelementefabrik in Deutschland oder auch Europa mit russischer Beteiligung stattfindet. Wir sollten Sanktionen gegen Russland verhängen, auch im Atomsektor. Und deswegen sollten wir einem russischen Konzern, egal wo in Europa, nicht den Zugang zu Brennelementefabriken ermöglichen. Sie haben gesagt, diese sechseckigen Brennelemente, die kann man auch noch woanders herstellen. Das heißt, die EU könnte die auch noch woanders her exportieren. Aus den USA oder wer kann das noch herstellen? Es gibt ja auch Brennelementefabriken in Europa, wo es jetzt nicht ausgeschlossen ist, dass man jetzt diese, auch da genau wie in Deutschland, sechseckige Brennelemente herstellt. Egal wo in Europa, ich hielt es für falsch, das generell zu machen. Man kann es auch aus Kasachstan importieren. Sie haben ja auch schon erwähnt, dass man es auch direkt aus Russland importieren kann. Aber ich hielt es für falsch, dass wir überhaupt da weitermachen und auch gar nicht darüber debattieren, wer und wie und wo sechseckige Brennelemente herstellen. Mir wäre wohler, wir würden die Atomkraftwerke auch im Osten Europas abschalten. Auch aus Klimaschutzsicht, ja? Weil ich sage mal, auch aus Klimaschutzsicht. Ist ja aus Klimaschutzsicht eigentlich immer noch besser Atomkraft als Kohle oder Gas. Wenn man die jetzt abschaltet, müssten die ja dann wahrscheinlich auch erst mal wieder auf Kohle oder Gas umschalten, was jetzt fürs Klima ja auch nicht so toll wäre, oder? Nein, also nein, die können direkt auf erneuerbare Energien umschalten. Das machen wir in Deutschland ja auch. Und die Anteile dort wachsen ja auch, auch in Südosteuropa. Die müssen nicht auf Kohle oder Gas umstellen, auf gar keinen Fall. Also der Weg muss ja sowieso gegangen werden, weil wir die Green Deal-Ziele in Europa haben, auch für Osteuropa, sodass sie da auch aussteigen sollten. Also das ist so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also sagen wir, aus Klimaschutzgründen wollen wir Atomkraftwerke haben, wo wir dann abhängig sind von einem Kriegstreiber, der auch nicht davor zurückschreckt, oder andere Dinge zu tun, Krieg zu führen oder auch Sabotage in anderen Bereichen zu machen, Trollfabriken auf den Weg zu bringen, Desinformationskampagnen zu machen. Also die Liste ist doch enorm lang an Schandtaten, die da stattfinden. Und deswegen ist es einfach so, dass gerade die Atomkraftwerke mit russischer Bauart große Gefahr bergen für die sichere Versorgung in Europa. Sie sind grundsätzlich risikoanfällig und sind aus meiner Sicht damit ein großes Problem, gerade in der jetzigen Zeit. Generell ist die Atomkraft eine Risikotechnologie. Das dürfen wir nie vergessen. Und in Zeiten, wo wir uns jetzt befinden, haben wir Friedenstechnologien, das sind die erneuerbaren Energien, auf die sollten wir setzen und nicht auf potenzielle gefährliche Technologien, die ja auch noch Material produzieren, die auch zu Waffen genutzt werden können. Auch das dürfen wir nie vergessen. Es gibt immer ein militärisches Interesse auch dahinter bei der Atomindustrie. Und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Insofern sehe ich keine Zukunft in der Atomindustrie und hoffe einfach, dass allein die enormen Kosten, die ja auch der Bau von neuen Atomkraftwerken hervorbringt, dass das abschreckt, neue Atomkraftwerke zu bauen. Das Komische an dem Fall ist, das Umweltministerium in Niedersachsen will den Ausbau nicht, das Bundesumweltministerium auch nicht. Das Bundesumweltministerium hat sogar einen Gutachten in Auftrag gegeben. Angefertigt hat es der Atomrechtler Gerhard Roller, Professor an der Technischen Hochschule Bingen in Rheinland-Pfalz. Auch in diesem Gutachten wird davor gewarnt, die Kooperation mit den Russen könnte die innere oder äußere Sicherheit Deutschlands gefährden. Wenn die Ministerien also dagegen sind, ja wie Sie ja auch, warum haben Sie den Ausbau nicht schon längst verboten? Das wäre doch eigentlich ein logischer Schritt gewesen. Ja, das ist wirklich eine gute Frage und wäre auch in der Vergangenheit schon möglich gewesen. Es gibt immer noch das Atomgesetz, was da ein wenig im Wege steht, oder auch das Verfassungsrecht. Also da bin ich jetzt wieder keine Juristin, um das ordentlich einzuordnen. Aber gerade aktuell, dieses Gutachten von Herrn Roller, das Sie zu Recht erwähnen hier, weist ja noch mal sehr deutlich darauf hin, dass es hier ein Problem mit der äußeren und inneren Sicherheit gibt, die hier gefährdet ist. Und auch in der Vergangenheit gab es schon Gutachten ähnlicher Art, die das genauso auch gezeigt haben. Auch in Niedersachsen, auch 2017, meine ich, gab es schon mal ein Gutachten, welches darauf hingewiesen hat, dass wir es hier mit einer risikoreichen Anlage zu tun haben. Und da hätte man auch schon Möglichkeiten gehabt, diese Brennelementefabrik zu schließen. Auch damals gab es schon ähnliche Diskussionen, immer mal wieder. Und jetzt aktuell, dieses Gutachten ist sehr deutlich. Es gibt weitere Gutachten, die wir schon eben erwähnt haben, von Dr. John, wo ja auch sehr deutlich aufgelistet wird, wie hoch die Sicherheitsgefährdung ist. Also insofern würde ich auch hier dringend dazu raten, dass man da sich nicht zu sehr immer wie in der Vergangenheit aufsagt, dass aufgrund des Atomgesetzes muss man hier diese Anlage genehmigen. Sondern es gab schon Gutachten, oder gibt jetzt auch aktuell Gutachten, die sehr deutlich machen, wir können auch anhand der jetzigen Rechtslage diese Anlage nicht genehmigen und sollten das auch tun. Also wir sollten es nicht genehmigen, auf gar keinen Fall, gerade vor der jetzigen Situation. Und Niedersachsen ist da hoffentlich gut beraten. Die wollen es ja auch nicht. Der niedersächsische Umweltminister ist ja auch sehr skeptisch, dass wir das besser nicht umsetzen. Und insofern hielt ich es auch für sinnvoll, dass man jetzt nichts genehmigt. Das letzte Wort hat ja das Bundesumweltamt, also Ihre klare Forderung an das Bundesumweltamt und damit quasi auch an die Bundesregierung, die Ausbaupläne sofort stoppen im Prinzip. Ja, ganz genau. Die Ausbaupläne sofort stoppen. Beim jetzigen Kenntnisstand haben wir eben zu viele Risiken zu berücksichtigen. Rechtsgutachten zeigen, man kann es auch mit juristischen Mitteln verhindern, dass wir das nicht genehmigen. Und insofern sollte es unbedingt gestoppt werden, sollte nicht genehmigt werden. Wir haben ja aus der Vergangenheit hoffentlich gelernt, dass wir eben diese Kooperation mit Putin, dass das gefährlich sein kann für die innere und auch für die äußere Sicherheit in Europa. Aus meiner Sicht hätte es nur Nachteile, keine Vorteile. Und da sollten wir auch nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen und die Abhängigkeit zu Russland wieder zu haben, auch in diesem Atombereich. Rosatom gehört ja zu Russland. Die Gefahr von Spionase oder auch militärischer Gefahr ist hier groß. Und insofern sollte man es nicht genehmigen. Genau, das sehe ich genauso. Dann machen wir unter das Thema Lingen und Brennelemente einen Punkt. Wenn es da neue Entwicklungen gibt, werden wir uns damit sicher noch mal auseinandersetzen. Jetzt aber, Frau Kemfert, haben Sie für die Hörerinnen und Hörer einen Veranstaltungstipp, kann man so sagen. Sie sind nämlich Schirmherrin der Klimabuchmesse in Leipzig. Findet statt vom 21. bis 23. März. Also parallel zur Buchmesse. Frau Kemfert, als Schirmherrin, vielleicht können Sie kurz erklären, was die Leute auf der Klimabuchmesse erwartet. Vielleicht gibt es ja auch eine Lesung oder eine Veranstaltung, die Sie unseren Hörern besonders ans Herz legen wollen. Ja, sehr gerne. Also ich bin Schirmherrin. Ich freue mich da auch riesig, weil das ist einfach eine total tolle Veranstaltung. Also ich, auch die Menschen, die das dort machen, veranstalten da ehrenamtlich immer ganz, ganz tolle Buchlesungen, Geschichten, die auch Lust auf Zukunft machen. Es gibt so ein buntes Programm. Da sind Lesungen, da gibt es Podiumsdiskussionen, es gibt ein Familienprogramm, es gibt Vogelspaziergang, es gibt eine Utopie-Party. Also da ist wirklich sehr, sehr viel dabei. Da empfehle ich jedem einfach einen Blick auch mal ins Internet. Drei Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag ist das ja jetzt. Oder bei uns in die Shownotes. Wir packen das auch in die Shownotes, den Link dazu. Ja, wunderbar, das ist nett. Das ist super. Also mein Highlight ist am Samstag, also erstmal gibt es eine Entdeckungstour mit Vögeln. Ich bin auch Vogelliebhaberin, das finde ich immer großartig. Dann gibt es zwei tolle Podiumsdiskussionen oder auch wo ganz tolle Bücher dabei sind. Einmal Wut, Mut und Hoffnung. Was können Klimaproteste bewirken? Da ist Amelie Fried dabei, Lea Bonacera oder auch Friedemann Karik. Finde ich super spannend. Da kann man auch im Livestream im Übrigen reinschauen, wenn man jetzt nicht nach Leipzig es schafft. Und dann gibt es noch eine weitere Podiumsdiskussion mit Büchern von Jasmin Schreiber. Da bin ich auch ein Riesenfan davon. Endling, das Buch habe ich jetzt gerade gelesen. Ist ein ganz, ganz tolles Buch. Raphael Thelen ist dabei. Anja Hüffner spricht da auch noch mit Annette Schaumlöffel. Da geht es um eine utopische Zukunft. Vision, Solarpunk und Humor. Welche Zukunft Romane, in welche Zukunft Romane schreiben. Und da sind ja auch tolle Romane, die dabei sind. Und diese Bücher sollte man sich nicht entgehen lassen. Aber auch die anderen beiden Tage, die habe ich jetzt nicht erwähnt, aber die sind nicht schlechter als das. Aber mein Highlight ist wirklich da am Samstag, wo ich auch im Livestream mal reinschauen werde, weil ich es leider nicht schaffe, nach Leipzig selber zu kommen. Aber ich finde es einfach großartig. Ich bin da sehr, sehr gerne Schirmherrin geworden, als man mich gefragt hat. Weil ich jetzt mehrfach dabei war bei dieser Klimabuchmesse. Und die Menschen, die das da machen, sind einfach, es ist eine unglaublich anstrengende Arbeit, dieses Programm auf die Beine zu stellen. Das machen die alles ehrenamtlich. Es gibt auch ein Schulprogramm und so. Also es ist einfach großartig, finde ich. Und so fantastische Stimmung da bei denen. Also wenn man sich mal wohlfühlen will mit dem Thema Klima und Klimaschutz mit allen Facetten, dann geht man nach Leipzig zur Klimabuchmesse. Die haben ja sogar an Gebärdensprache gedacht. Also das ist wirklich... Ein Livestream. Genau. Also ich werde auf jeden Fall vorbeischauen. Ich habe mir auch schon was rausgesucht. Slammen for Future. Sehr schön. Das ist ein Wettbewerb bei den Slammerinnen zur Klimakrise um die Wette. Slammen, finde ich, klingt total spannend und kreativ. Total gut. Also wie gesagt, wer Interesse hat, bei uns einfach in die Shownotes gucken. Wir packen dort den Link hin. Dann kommen wir als nächstes, Frau Kämpfer, zu einer Studie, die sich mit dem Wintersport und Skipisten beschäftigt. Ich glaube, wir hatten beide schon mal im Podcast festgestellt, dass wir keine Wintersportler sind. So war es doch, glaube ich. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die fahren im Winter gerne nach Österreich oder an deutsche Skigebiete und sind jedes Mal begeistert, wenn sie mit Ski die Abhänge runterfahren können. Was aber dieses Jahr auffällig war, etliche haben gesagt, dass die Qualität des Schnees zum Teil deutlich abgenommen hat. Die Betreiber müssen mit Schneekanonen nachhelfen und weil tagsüber Schnee schmilzt, sind die Pisten oft vereist und rutschig, für das Skifahren nicht unbedingt ein Vorteil. Hören Sie auch solche Geschichten auf Arbeit oder von Freunden, vielleicht auch aus der Familie? Ja, klar. Also man hört es genau bei Kolleginnen, Familie weniger. Ich habe wenig Verwandte oder in der Familie, die so Wintersport begeistert sind. Aber natürlich im Arbeitsumfeld gibt es viele, die Skifahren und das wird berichtet. Und das wissen wir auch. Und alle, die ich kenne, kennen sich nun auch mit Klimawandel aus und berichten dann auch immer gleich mit dem Nebensatz. Man merkt den Klimawandel doch deutlich. Was wir jetzt schon merken, wird in den nächsten Jahrzehnten nicht besser. Die Universität Bayreuth hat eine Studie durchgeführt und sich Skigebiete auf der ganzen Welt angesehen. Ich zähle mal auf, die europäischen Alpen, die Anden, die Appalachen, die australischen Alpen, die japanischen Alpen, die neuseeländischen Alpen und die Rocky Mountains. Die Forscherinnen und Forscher wollten herausfinden, wie sich die natürliche Schneedecke in den Gebieten bis Ende des Jahrhunderts entwickeln wird. Frau Kempfert, was haben die Forscher herausgefunden? Ja, also es ist eine hochinteressante Studie von der Uni Bayreuth. Sie haben es eben schon zusammengezählt. Also im Wesentlichen sagt die Studie, dass bis zum Ende des Jahrhunderts in jedem der acht von ihnen auch schon eben aufgezählten Skigebieten die natürliche Schneedecke komplett verschwunden sein wird. Also der Klimawandel verändert die Muster des natürlichen Schneefalls erheblich. Das hat starke, aber auch sehr unterschiedliche Folgen für die Skigebiete weltweit. Und gerade in den Gebirgsregionen der Welt, in denen Wintersport betrieben wird, wird es da zu einer erheblichen Absenkung der Schneedecke kommen bei verschiedenen Treibhausgasemissionen. Und das bedeutet eben, dass es zu einer substanziellen Abnahme der Tage mit natürlicher Schneedecke geben wird. Vor allen Dingen in tieferen Lagen fällt der Rückgang gemäß dieser Studie besonders stark aus. Ein Szenario mit hohen Treibhausgasemissionen, die werden da unterschieden. Verschiedene Szenarien hier verglichen. Wird bis zum Ende des Jahrhunderts damit gerechnet, dass die durchschnittliche jährlichen Schneedecke in diesen verschiedenen Regionen deutlich abnehmen wird. In den australischen Alpen bis zu 80 Prozent, neuseeländische Alpen 50 Prozent, am deutlich zurückgehen. Gefolgt von den japanischen Alpen auch mit 50 Prozent und den Anden 43 Prozent. Die europäischen Alpen 42 Prozent, Appalachen 37 Prozent, Rocky Mountains nur mit 23 Prozent. Also so haben die das verglichen. Die sind am wenigsten betroffen sozusagen. Genau, aber die Alpen eben auch. Also 42 Prozent liegt jetzt, ist schon deutlich. Das heißt, in oberen Regionen wird eben, gerade auch in den europäischen Alpen, auch ein signifikanter Rückgang der Schneedeckentage geben. Also Tage mit einer geschlossenen Schneedecke, die werden deutlich, deutlich zurückgehen. Es wird weniger Gebiete geben, wo es schneesichere Regionen gibt, wo man dann auch schön Skifahren kann. Das heißt, dass auch die Alpen sind hier massiv betroffen. Und wenn man Skifahren will in der Zukunft, muss man eben sehr hoch in die Regionen hinein. Und das hat unmittelbare Folgen für den Wintersport, die sich da zwar auch nicht so direkt angeguckt haben, aber Aussagen getroffen haben in der Studie auch, dass der Skisport in der Zukunft für weniger Menschen zugänglich sein wird. Das heißt, er wird immer teurer. Das merkt man ja jetzt schon, ne? Also Kolleginnen und Kollegen sagen mir jetzt schon, die Skipässe sind unwahrscheinlich teuer geworden, weil die wahrscheinlich jetzt diese Schneekanonen immer betreiben müssen. Also man merkt das eigentlich schon jetzt, diese Entwicklung, ja? Ja, genau. Also es wird dann teurer. Es wird dann eher etwas für Menschen, die sich das dann auch wirklich leisten können. Das heißt, der Skitourismus wird sich da verändern müssen. Sie haben eben schon hingewiesen auf die künstliche Beschneiung. Das findet jetzt ja schon statt und das ist ja was, das habe ich hier irgendwann mal, ich weiß nicht genau wann, in einem Podcast schon mal gesagt, dass ich da überhaupt gar kein Fan davon bin, dass diese künstliche Beschneiung stattfindet, weil es eben so energieintensiv ist, weil es einen hohen Wasserverbrauch hat, weil es Lärm hat und die Tiere verschreckt. Kommt mir zumindest so vor, dass ich mich da schon mal darüber aufgeregt habe. Und das tue ich an der Stelle wieder, weil ich es nicht gut finde und aus Klimaschutzgründen auch nicht. Ich verstehe, dass Menschen Skifahren möchten und dass sie da auch Spaß dran haben. Aber Rodeln ist ja vielleicht auch lustig. Das werden jetzt Zuschriften kommen von Skifahrern, die da empört sein werden. Aber ich finde, Rodeln kann auch Spaß machen. Ich habe eine Kollegin, die ist auch schon über 50, die rodelt auch gern. Also es gibt auch Rodelfans. Ja, statt Skifahren. Aber Menschen, die Skifahren, die wollen natürlich unbedingt Skifahren. Ich glaube, das wird jetzt erboste Zuschriften geben von Menschen, die da großer Fan sind. Ja, also auch für die Betreiber wird es immer schwieriger, wirtschaftlich zu arbeiten. Der Betreiber von Thüringens größtem Skigebiet, die Thüringen-Alpin GmbH, musste sogar schon Insolvenz anmelden. Als Grund wurde der ungewöhnlich warme Winter genannt. Das wird sicherlich nicht der letzte Betreiber sein, der insolvent geht. Also wie gesagt, die Entwicklung, die merken wir jetzt schon. Ja, die müssen sich umstellen, wenn ich da ganz kurz einen Satz noch zu sagen darf. Die müssen sich dann letztendlich auch umstellen. Also dass man eben auf Alternativen sich hin bewegt. Also weg vom Skitourismus, hin zum Wandern oder Brodeln oder Funparks oder was auch immer da möglich ist. Also nicht jeder muss da jetzt unbedingt Insolvenz anmelden. Aber es sei denn, hier war es ja so bei diesem thürischen Betreiber, der hat ja auch noch viel Fördergelder bekommen. Aber konnte sich da offensichtlich dann nicht umstellen. Man könnte aber auch diese Seilbahn und diese ganzen Skilifte oder so, die es da ja gibt, auch dafür nutzen, dass man den Berg hoch geht und dann runterrodelt oder sowas. Also dass man sich da einfach umstellt. Oder für Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist so eine Seilbahn dann vielleicht auch sinnvoll. Genau. Bei der zweiten Studie, über die wir sprechen, geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich um die Klimaschützer auf der ganzen Welt. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt gibt jedes Jahr einen Bericht heraus, den sogenannten Atlas der Zivilgesellschaften. Und in dem aktuellen Bericht wird festgestellt, dass Klimaschützer weltweit zunehmend bedroht werden von Regierungen und Unternehmen. Sie werden dem Bericht zufolge oft drangsaliert, verfolgt oder sogar ermordet. Oft sind indigene Menschen betroffen, die sich gegen Landraub, Ölpipelines oder Fracking engagieren. Deutschland hat in dem Bericht in den letzten Jahren eigentlich ja immer sehr gut abgeschnitten und immer die beste Einstufung bekommen. Wir gehörten immer zu den offenen Zivilgesellschaften. Jetzt wurde Deutschland aber auf die zweite Stufe von fünf Stufen herabgestuft, in die Kategorie beeinträchtigt. Frau Kempfer, das kommt für viele sicher überraschend. Wie wird das in dem Bericht begründet? Warum ist Deutschland keine offene Zivilgesellschaft mehr? Ja, also ich finde diesen Bericht ja hoch spannend, dieser Atlas Zivilgesellschaft, weil man da einmal sieht, so eine Weltkarte, wo so rote und grüne Flecken sind. Welche Länder, wo man wirklich sich frei bewegen kann und freie Meinung äußern kann und wo es überhaupt nicht geht. Und die roten Flächen sind erschreckend groß. Und das zeigen ja auch die Zahlen, dass irgendwie nur zwei Prozent der Weltbevölkerung in Staaten leben mit uneingeschränkten zivilgesellschaftlichen Freiheiten. Zwei Drittel in autoritären Staaten oder Diktaturen. Also das finde ich schon mal sehr besorgniserregend. Aber gut, das ist die Weltsicht. Also Deutschland war ja bisher sehr stark durch eben zivilgesellschaftlichen Versammlungs- und Meinungsfreiheit gekennzeichnet. Und das hat sich jetzt etwas geändert. Sie haben es eben schon erwähnt, von dunkelgrün auf hellgrün in dieser Weltkarte, wo man sehen kann, dass es da eben zu Veränderungen gekommen ist. Und das misst dieser Atlas eben daran, ob es eben Vereinigungs-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit gibt oder ob es da Verletzungen gibt. Und ob es da eben auch Regulierungen gibt oder politischen Druck auf Medienschaffende. Solche Dinge werden da alle gemessen. Und da sehen die jetzt in Deutschland auch Probleme. Richtig. Jetzt sehen sie eben auch eine gewisse Feindseligkeit gegen Klimaaktivisten. Auch die Welt weit wächst. Aber auch in anderen Ländern wie Österreich, Frankreich, Großbritannien hat man das gemessen. Aber gerade auch in Deutschland, wo ja eigentlich Deutschland ein Leuchtturm der Demokratie war. So wird es da auch genannt. Aber der Hintergrund ist eben der, dass Regierungsmitglieder die Klimaaktivisten Ökoterroristen genannt haben oder grüne Taliban, die friedliche Aktivisten eben da diskreditiert haben, Medienberichte auch zu einer Verschärfung der Feindseligkeit in der Öffentlichkeit beigetragen haben, in dem sie eben häufig nur auf das Geschehen rund um die Demonstrationen berichtet oder darüber berichtet haben, statt auf das Thema der Klimakrise oder auch der Auslöser für die Proteste. Und da gab es eben jetzt unabhängige Experten, auch der Aarhus-Konvention, die da Sonderberichterstatter hier vor Ort das beobachten lassen haben. Und da gab es dann Aussagen, wie das ließe ihn frösteln, dass so etwas in Deutschland überhaupt passieren kann. Also das sieht nicht gut aus. Es ist ein sogenannter toxischer Diskurs und auch ein zunehmend hartes Vorgehen gegen Umweltschützer mit regressiven Gesetzen, dass zum Beispiel Klimaaktivisten sehr harte Strafen getroffen haben. Sie meinen aber auch die Präventivhaft, die wurde dort auch kritisiert. Genau, das ist genau hier gemeint, eben diese Präventivhaft, dass man da irgendwie sechs Monate in Präventivhaft gehen muss. Und das bedeutet in dieser Einordnung hier, dass es tatsächlich menschenrechtlich umstritten ist, dass gerade dieser lange Präventivhaft, bei der letzten Generation war das so, die da häufig beeinträchtigt waren, da eben tatsächlich stark beeinträchtigt wurden. Und deswegen wurde Deutschland in die Kategorie beeinträchtigt, von der offenen Zivilgesellschaft in beeinträchtigt abgestuft. Das ist besorgniserregend. Und wenn man jetzt Klimaaktivisten hört, die berichten ja auch von zunehmenden Anfeindungen gegen die Klimabewegung und sehen das als Gefahr für die Freiheit der Zivilgesellschaft. Also die werden auch attackiert auf der Straße. Sie werden degradiert. Sie werden auch teilweise mit Gefährdung eingestuft. Und dann diese medialen Diskurse, die staatliche Seite, die da noch Öl ins Feuer gießt, das ist nicht gut. Und das muss man schon auch mal deutlich sagen, dass wir da wegkommen müssen von einem toxischen Diskurs und da eben auch nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen dürfen. Und das sollte uns schon Sorge bereiten, dass wir da wieder hinkommen müssen zu einer offenen Zivilgesellschaft. Auch wenn uns das nervt, auch wenn wir da, das war ja bei den Bauernprotesten jetzt auch so stark beeinträchtigt sind, aber da fielen diese Worte eben nicht. Und daran erkennt man, dass es da Unterschiede gibt auch von Regierungsvertretern. Da hörte ich nicht was von Bauern, Taliban oder irgendwas. Das ist aber bei den Klimaaktivisten so. Und das darf man nicht vergessen, dass diese Worte ja auch häufig dazu führen, dass Anfeindungen zu Taten führen können auf der Straße, dass diese Klimaaktivisten dann auch gezielt angegriffen werden. Und das dürfen wir doch nicht zulassen. in unserer Gesellschaft. Und da würde ich sehr dafür werben, dass wir das aushalten, diese Proteste, egal von wem, und nicht Öl ins Feuer gießen und sie schon gar nicht einer toxischen Gefahr aussetzen. Und das ist im Moment tatsächlich der Fall. Ja, der Bericht bildet ab, was in Deutschland, aber was auch weltweit passiert. Wer sich anschauen will, was das in der Praxis heißt, gerade für die indigenen Menschen, dem empfehle ich eine investigative Doku-Reihe in der ARD-Mediathek. Sie heißt Kampf um Rohstoffe am Abgrund. Die Reihe hat insgesamt vier Teile und im vierten Teil geht es um Lithium in Brasilien. In der Folge wird gezeigt, wie große Konzerne Lithium abbauen, indigene Menschen vertreiben und sich trotzdem nach außen so verkaufen, als ob sie den Menschen und der Umwelt etwas Gutes tun. Eine Folge habe ich schon gesehen, die anderen Teile werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Sehr empfehlenswert, teilweise aber auch sehr deprimierend, muss ich sagen. Hochinteressant, das ist hochinteressant. Also ich habe auch eine schon gesehen und das ist hochinteressant. Insofern kann man das nur jedem ans Herz legen. Ganz tolle Doku, was hier gemacht wurde. Ja, finde ich sehr, sehr interessant. Den Link zur Doku-Reihe packen wir mit in die Shownotes, genau wie die Links zu den Studien. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie dran. Sie wissen, in jeder Folge haben Sie die Möglichkeit, der renommierten Klimaökonomin, Professorin Claudia Kempfert, Ihre Frage zu stellen. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mderaktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Und diesmal kommt die Frage von einer sehr engagierten jungen Lehrerin, die uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Und hier kommt Ihre Frage. Hallo Frau Kempfert, hier ist Mareike Stellring aus Ostwestfalen. Ich bin dort Lehrerin am Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Bünde und wir werden dort demnächst einen Projekttag mit dem Schwerpunkt Europa und das Klima veranstalten. Aus Gesprächen an unserer Schule weiß ich, dass es vollkommen verständlicherweise Zweifel gibt an der Wirksamkeit von uns kleinen Leuten und dass es auch Unmut gibt oder Unverständnis, wenn es darum geht, sich irgendwo einschränken zu müssen. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Sie an unserem Projekttag teilnehmen könnten und eine Antwort geben könnten auf eben diese folgenden Fragen. Was kann ich denn als Einzelner schon machen gegen den Klimawandel? Und ist es wirklich nötig, dass ich auf irgendwas verzichte? Und wenn ja, worauf denn? Und was bringt da wirklich was? Vielen Dank. Ja, Frau Kempfert, gerade die Frage mit dem Verzicht finde ich doch ziemlich knifflig. Was soll man da als Lehrer antworten? Welchen Tipp haben Sie? Was kann Frau Stellbrink Ihren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben? Ja, also erst mal freue ich mich riesig über die Frage von Frau Stellbrink, weil ich hatte mal ganz zu Anfang, als wir den Podcast begonnen haben, habe ich immer gesagt, ja, ich kenne schon alle Fragen, die die Zuhörerinnen da stellen. Das musste ich ja schnell revidieren, weil so viele Fragen kamen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Aber diese Frage habe ich tatsächlich gefühlt schon 500 oder bestimmt schon tausendmal gehört. Also das ist die typische Frage, die sich ja jeder stellt und die auch immer wieder, egal wo, im Bekanntenkreis, bei den Nachbarn, egal wo man sich befindet, immer gestellt wird. Und insofern freue ich mich drüber, dass wir da auch mal hier drüber reden können. Und dieser Projekttag im Bünde, die Stadt, die ich im Übrigen auch kenne, weil ich in Bielefeld studiert habe, insofern weiß ich jetzt sogar, wo es ist, da denen viel Erfolg wünsche, einfach auch mit dem, was sie da tun. Also, was kann jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun? Damit habe ich mich persönlich jetzt schon super, super oft beschäftigt. Habe darüber sogar zwei Bücher geschrieben, ein Buch mit 53 Tipps, was jeder Einzelne tun kann. Also schon 2008, die andere Klimazukunft und dann kürzlich, Mondays for Future, 53 Tipps, alle, was jeder tun kann im Bereich. Also es gibt zig Dinge, die jeder tun kann. Wenn wir da mal mit anfangen, es geht immer um die Vermeidung von Verschwendung. Wir haben schon oft über Ernährung gesprochen, was ein ganz, ganz wichtiger Hebel ist, wo man etwas fürs Klima tun kann. Also weniger Fleisch sozusagen. Genau. Weniger Fleisch ist in dem Moment, da tut man schon was für das Klima, weil gerade die Fleischproduktion dazu beiträgt, dass der Klimawandel verstärkt wird. Aber auch Dinge, Mobilität hatten wir auch schon öfters mal umstellen, eben auf Elektromobilität, öfter mit der Bahn fahren, mit dem Fahrrad zu Fuß gehen. Solche Dinge bringen schon was, aber auch bei den Finanzen, das denkt man ja oft gar nicht, da auch sich mal beraten lassen, ob jetzt bei der Bank oder so. Aber allein schon jetzt auch solche Projekttage, finde ich, gehören auch dazu, aus meiner Sicht, dass man in einer Schule sich Dinge überlegte, was man tun kann, ob in der Schule, im Unternehmen, in der Familie, im Verein, egal wo, wenn man da schon allein sich Gedanken macht, Dinge voranbringt, sich mit dieser Frage überhaupt beschäftigt, was kann jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun, ist schon ziemlich viel gewonnen. Und ich will auch noch sagen, ich weiß ja, dass jetzt immer kommt, naja, ob ich jetzt was tue oder in China fällt ein Sack Reis um, sage ich jetzt mal. Das ist so nicht. Wenn wir alle etwas tun würden, würden wir auch dazu beitragen, dass sogenannte soziale Kipppunkte erreicht werden können. Das sind sogenannte rapide, sich vollziehende, gesellschaftliche Umschwünge, die dann Geschwindigkeit und Fahrt aufnehmen können, dass wir eben schneller auch die Ziele, Klimaziele erreichen können. Und das findet sich in so vielen Lebensbereichen. Wir haben eben schon Ernährung angesprochen, Slow Food Bewegung gehört dazu, solidarische Landwirtschaft. Es gibt bedürfnisangepasste Verteilung auch vom Wohnraum. Es gibt Carsharing Modelle. Es gibt veränderte Praxis, auch was jetzt bestimmte Dinge im Alltag angeht. Also insofern diese Praxis der Suffizienz kann einen kulturellen Wandel hervorbringen, der tatsächlich wichtig ist. Sie meinen damit, wenn jetzt sozusagen einer das macht, zum Beispiel sich mehr vegetarisch ernährt und zeigt, dass es geht und auch lecker sein kann, dann machen sozusagen viele andere dann auch mit oder lassen sich inspirieren. Zum Beispiel, aber eben auch je mehr sich eben diesen Bewegungen anschließen, umso schneller kann es gehen. Und das sind sogenannte soziale Kipppunkte, die auch messbar sind. Slow Food hatte ich eben schon genannt, gegen Fast Fashion und so weiter. Also hier geht es immer um die Vermeidung von Verschwendung. Ich weiß, dass sofort dieser Verzicht ja als negativ eingestuft wird, zumindest in unserer Gesellschaft. Vor dem religiösen Hintergrund ja nicht, aber in unserer Gesellschaft, wo immer mehr, mehr gilt. Aber weniger ist mehr an der Stelle. Und das ist tatsächlich auch für die Gesundheit besser. Es ist für den Planeten besser. Es ist für die Erde besser, weil wir die planetaren Grenzen einhalten. Also insofern ist es in dem Sinne, die Vermeidung von Verschwendung ist immer gut, auch für die Volkswirtschaft, weil es verschiedene Punkte gibt, auch im Energiesystem, wo wir ja wahnsinnig viel Energie verschwenden, durch konventionelle Kraftwerke beispielsweise, auch der Verbrennungsmotor, wo wahnsinnig viel Abwärme einfach verpufft. In dem Moment, wo wir das besser nutzen, haben wir volkswirtschaftlich einen Gewinn. Also da gibt es genügend Argumente dafür, dass es nicht nur für das Individuum wertvoller ist und sinnvoll ist, etwas zu tun an der Stelle, sondern auch für die gesamte Volkswirtschaft. Es gibt verschiedene Webseiten, auch zum Beispiel Klimafakten, wo man da sich auch informieren kann, was jetzt diese ganzen Argumente angeht. Wenn jetzt noch mehr Argumente kommen, häufig ist es ja so, dass man in solche Diskussionen verstrickt wird, wo das einfach immer nur darum geht, zu sagen, ich will eigentlich gar nichts machen und was ich mache, bringt ja eh nichts. Da kann man aber auch weiter argumentativ gehen und Klimafakten hilft da sehr, aber man darf auch es nicht dabei belassen, dass man nur sagt, jeder Einzelne ist verantwortlich und dann ist das Problem gelöst. Wir wissen auch, dass in der Vergangenheit zum Beispiel BP diesen Carbon Footprint nur deshalb entwickelt hat, damit der Fokus wegkommt von der Ölindustrie, die eigentlich die Verursacher ja auch sind, des Klimawandels oder die gesamte fossile Industrie, an die wir auch ran müssen. Also das heißt, die Industrie hat gesagt, jeder Einzelne ist verantwortlich, um sozusagen von der Verantwortung der großen Konzerne abzulenken. Ja, diese Carbon Footprint Entwicklung, wir hatten es hier, glaube ich, auch schon mal, aber es gibt auch Studien darüber, die belegen, die wollten einfach nur von ihren eigenen Verursacher-Thematik wegkommen, dass sie eben nicht in den Fokus der Politik kommen. Dabei müsste man die auch besteuern. Wir müssen ja weg von fossilen Energien hin zu erneuerbaren. Das heißt, die müssen ihre Geschäftsmodelle ändern und dass das nicht passiert, sieht man ja aktuell, gerade jetzt wieder, wie Shell oder auch andere Konzerne da ausweisen, dass sie mehr in Öl- und Gas-Exploration investieren. Und so kann es nicht weitergehen. Es gibt ja auch den Ethikrat, jetzt gerade der zur Klimaungerechtigkeit und Gleichheit sich da geäußert hat. Auch ein interessanter Bericht, vielleicht auch für die Projektgruppe in Bünde von der Frau Stellbrink, die sich da geäußert hat. Also insofern, das eine Tun, ohne das andere zu lassen, ist die Antwort darauf. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Ja, nicht der Einzelne kann das alles alleine thematisch retten oder die Lösungen schaffen, aber in der Summe kann sehr viel bewirkt werden. Wir dürfen aber auch das große Ganze nicht vergessen und da auch politisch die Rahmenbedingungen anpassen, damit nicht nur Einzelne in der Verantwortung sind, aber die auch wirklich große Stellhebel haben, die wir nicht erkennen oder die wir auch so nicht nutzen, obwohl tatsächlich viel passieren kann. Ich erinnere mich, es gab mal eine, schon lange her, einen Aufruf, nicht mehr bei Shell zu tanken. Das ist ewig her. Aber das haben ganz, ganz viele gemacht und die hatten einen massiven Einbruch ihrer Gewinne und das war ein großes Problem. Aber daran hat man mal erkannt, dass wenn es Aufrufe gibt, wenn es auch Aufrufe zu Veränderungen gibt oder wirkliche Bewegungen, die dahinter sind, kann man tatsächlich sehr, sehr viel erreichen. Und das darf man nicht vergessen, dass jeder Einzelne auch eine Vorbildfunktion hat und da auch andere mitnehmen kann und jetzt eben solche Projektgruppen wie jetzt da an der Schule in Bünde ganz, ganz wichtig sind, um auch Wege in die Richtung einzuschlagen. Also wir wünschen hier an dieser Stelle ganz viel Erfolg für den Projekttag in Bünde und sind damit am Ende der Folge. Eine Sache noch, der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus per Mail. Das MDR Klima Update, wer Interesse hat und sich registrieren lassen möchte, den Link packen wir mit in die Shownotes. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempfert's Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen nach Ostern. Ich bedanke mich und wünsche auch allen frohe Ostern. Tschüss. MDR aktuell Kempfert's Klimapodcast Kemppert's Klimapodcast ist dann wieder in zwei Wochen Kempfert. Er steht an